Live-Radio, Top-Thema, der Podcast. Uli Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich ist bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr habt euch ein sehr interessantes Thema diesmal angeschaut, nämlich Kindernagellacke. Was habt ihr herausgefunden? Ja, wir haben uns Kinderkosmetik-Sets angeschaut und aus diesen haben wir die rosa oder pinkfarbenen Nagellacke herausgenommen und haben die ins Labor geschickt zum Untersuchen. Ganz besonders haben uns interessiert Konservierungsstoffe und Schwermetalle. Ich wusste bis heute nicht, ehrlicherweise, dass es Kindernagellacke überhaupt gibt oder Kinderschmink-Sets. Für welche Kinder sind die überhaupt gedacht? Ja, das sind eben ganz besonders aufgemachte Produkte, die Kinder ansprechen, so wie sie gestaltet sind. Und so etwas untersuchen wir zum Beispiel, weil sich Mütter bei uns melden und die schreiben uns dann und sagen, meine Tochter steht so auf diese Nagellacke, hat aber trotzdem oft die Finger im Mund und ich möchte gerne als Mutter wissen, was ist denn da eigentlich drinnen. Und dann denken uns wir, ja, das würden wir auch gerne wissen. Und unsere Expertinnen schauen dann, was wir selbst herausfinden können, wo wir ein Labor finden, das das untersucht. Und dann schauen wir eben die kritischen Punkte, in diesem Fall die Konservierungsstoffe und die Schwermetalle an. Das heißt, ihr habt quasi dann diese Kindernagellacke oder diese Schmink-Sets eingeschickt in ein Labor und was ist dann rausgekommen? Leider kein gutes Ergebnis. Zwei Proben von den getesteten enthalten Konservierungsstoffe, die aus unserer Sicht in den Kindernagellacken absolut gar nichts verloren haben. Wir schätzen diese Produkte als nicht sicher ein und sie sollten unserer Meinung nach auch nicht vermarktet werden. Sie werden aber momentan vermarktet, das heißt, die gibt es nach wie vor zu kaufen? Wir gehen davon aus, also wir haben es vor einiger Zeit eingekauft, damit wir es ins Labor schicken können, aber wir gehen davon aus, dass die in der Form noch auf dem Markt sind. Kann ich als Konsumentin, als Konsument am ersten Blick erkennen, welches Set oder welcher Nagellack eigentlich gut ist oder nicht so gut ist? Ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht, denn dafür müsstet ihr wissen, welche Konservierungsstoffe in Kosmetika erlaubt sind. Und dann gibt es wieder einen Unterschied, Kosmetika, die auf der Haut bleiben, Kosmetika, die man abwäscht. Also auf den ersten Blick und ehrlich gesagt auch auf den zweiten Blick erkennen wir es als Konsumentin nicht. Das heißt, zwei Proben, wenn ich die richtig verstanden habe, sind quasi sehr gefährlich, sehr bedenklich. Das heißt auch im Umkehrschluss, die anderen Proben sind in Ordnung. Diese zwei Produkte sind aus unserer Sicht nicht sicher. Die gute Nachricht, der Rest der getesteten Nagellacke kann als sicher eingestuft werden. Wir haben zwar bis sechs Proben noch ganz geringe Menge an Schwermetallen gefunden, die stellen aber unserer Einschätzung nach überhaupt kein Risiko dar. Was wäre denn vielleicht, Uli, zum Abschluss noch ein Tipp, den alle beherzigen sollten, alle Eltern, wenn sie ihren Kindern solche Produkte kaufen? Unserer Meinung nach sollten solche Nagellacke bei Kindern sehr, sehr selten aufgetragen werden. Auch jene Mütter, die Kindernagellacke auf Wasserbasis bevorzugen, auch hier gibt es keine Entwarnung, wie der aktuelle Test zeigt. Uli, vielen Dank an dich und an dein Team für die Informationen. Gerne. Live Radio. Top Thema. Der Podcast.